Jules Verne, 20.000 Meilen unter dem Meer, erster Band, 20. Kapitel, die Torresstraße. Während der Nacht vom 27. zum 28. Dezember fuhr der Nautilus mit außerordentlicher Schnelligkeit aus den Gewässern von Vanicoro heraus in südwestlicher Richtung, und in drei Tagen legte er die 750 Glieus zurück, welche die Gruppe La Perouse von der südöstlichen Spitze Papuasiens trennen. Am 1. Januar 1863 kam in aller Früh Konzil auf die Plattform zu mir. »Mein Herr«, sagte zu mir der wackere Junge, »darf man Ihnen ein glückliches neues Jahr wünschen?« »Warum nicht, Konzil, aber gerade, als wäre ich zu Paris in meinem Kabinett des Jardins de Plante. Ich nehme deine Wünsche an und danke dir dafür. Nur will ich dich fragen, was verstehst du unter einem glücklichen neuen Jahr, unter den Umständen, worin wir uns befinden? Meinst du damit, dass dies Jahr unsere Gefangenschaft endigen würde, oder dass wir dies Jahr eine Fortsetzung dieser seltsamen Reise erleben werden?« »Wahrhaftig«, erwiderte Konzil. »Ich weiß meinem Herrn nicht darauf zu antworten. Zuverlässig erleben wir merkwürdige Dinge, und seit zwei Monaten hatten wir nicht die Zeit, uns zu langweilen. Das letztere Wunder ist stets das Erstaunenswertere, und wenn diese Steigerung sofort dauert, weiß ich nicht, wie dies endigen wird. Ich bin der Meinung, wir werden eine gleiche Gelegenheit nie wiederbekommen.« »Niemals, Konzil!« »Zudem Herr Nemo, der wohl seinen lateinischen Namen rechtfertigt, geniert uns ebenso wenig, als wenn er nicht auf der Welt wäre.« »Wie du sagst, Konzil?« »Ich denke also, wenn's meinem Herrn beliebt, ein gutes Jahr wäre ein Jahr, welches uns alles zu sehen vergönnte.« »Alles zu sehen, Konzil? Das würde vielleicht zu lange dauern. Aber was hält Meister Ned Land davon?« »Ned Land ist genau der entgegengesetzten Meinung wie ich«, erwiderte Konzil. »Er ist ein positiver Geist und ein gebieterischer Magen.« Die Fische betrachten, und stets solche verzehren genügt ihm nicht. Der Mangel an Wein, Brot und Fleisch will einem würdigen Sachsen, der an Beefsteaks gewöhnt und dem eine mäßige Portion Brandwein nicht zuwider ist, nicht zusagen.« »Ich, meinesteils, Konzil, finde darin keine Pein, und ich richte mich gern nach der Regel an Bord.« »Ich gleichfalls«, erwiderte Konzil. »Auch denke ich ebenso eifrig an das Hierbleiben, as Ned Land, ans Entfliehen. Demnach, wenn das beginnende Jahr nicht glücklich für mich ist, wird es für ihn gut sein, und umgekehrt. Dann ist stets einer befriedigt. Mäntlich, zum Schluss wünsche ich meinem Herrn, was ihm das Herz erfreut.« »Danke, Konzil, nur muß ich dich bitten, die Frage des Neujahrsgeschenks zu verschieben und dasselbe einstweilen durch einen herzlichen Handschlag ersetzen zu lassen. Etwas anderes habe ich nicht bei mir.« »Mein Herr ist nie so freigiebig gewesen«, erwiderte Konzil. Hierauf entfernte sich der gute Junge. Am 2. Januar hatten wir 11.340 Meilen seit unserer Abfahrt aus den Gewässern Japans zurückgelegt. Vor dem Schnabel des Nautilus lagen die gefährlichen Gegenden des Korallenmeeres an der Nordostküste Australiens. Unser Fahrzeug fuhr einige Meilen weit neben dieser fürchterlichen Bank her, an welcher Cooks Schiffe am 10. Juni 1770 beinahe gescheitert wären. Das Fahrzeug, worauf Cook sich befand, stieß auf einen Felsen, und dass es nicht untersank, war dem Umstand zu verdanken, daß das durch den Stoß losgetrennte Korallenstück in dem Leck des Rumpfes stecken blieb. Ich hätte lebhaft gewünscht, dieses 360-Liös-Lange-Riff zu besuchen, an welchem das stets unruhige Meer mit fürchterlicher Stärke und donnerähnlichem Getöse sich brach. Aber an diesem Augenblicke wurden wir vom Nautilus in eine große Tiefe hinabgezogen, und ich konnte von den hohen Korallenwänden nichts mehr sehen. Zwei Tage, nachdem wir durch das Korallenmeer gefahren, am 4. Januar, bekamen wir die Küsten von Papuasien in Sicht. Der Kapitän Nemo ließ mich wissen, daß er durch die Straße Torres den Indischen Ozean besuchen wolle. Diese gilt für ebenso gefährlich durch ihre Klippen als durch ihre wilden Bewohner. Sie scheidet Neu-Holland von der großen Insel Papuasien, welche auch Neu-Guinea genannt wird. Die Insel Papuasien ist 400 Lios lang bei 130 Breite und ihr Flächeninhalt beträgt 40.000 geografische Meilen. Sie liegt zwischen 0 Grad 19 Minuten und 10 Grad 2 Minuten südlicher Breite und zwischen dem 128. Grad 23 Minuten und 146. Grad 15 Minuten Länge. Um 12 Uhr, als der Schiffsleutnant den Stand der Sonne aufnahm, gewahrte ich die Gipfel des Gebirges Afalx, das aus den Ebenen stufenmäßig zu steilen Spitzen aufsteigt. Dieses Land wurde 1511 von den Portugiesen entdeckt und seitdem häufig von den Entdeckungsreisenden besucht, neuerdings von du Paris 1823 und du Mont de Ville 1827. Es ist, wie man gesagt hat, der Herd der Schwarzen, welche ganz Malayenland bewohnen, und ich zweifle nicht, daß ich bei dieser Fahrt die gefürchteten Andamanen kennenlernen würde. Der Nautilus war also am Eingang der gefährlichsten Enge des ganzen Erdballs, in welche die kühnsten Seefahrer kaum zu dringen wagten, worin 1840 die Korvetten du Mont de Ville scheiterten und auf dem Punkt waren, völlig zugrunde zu gehen. Dennoch war der Nautilus, welcher allen Gefahren gewachsen war, im Begriff mit den Korallenriffen sich bekannt zu machen. Die Straße Torres ist ungefähr 30 Lies breit, aber mit einer unzähligen Menge Inseln, Eilande, Klippen, Felsen bedeckt, welche die Durchfahrt sehr schwierig machen. Deshalb traf auch der Kapitän alle möglichen Vorsichtsmaßregeln. Der Nautilus fuhr an der Oberfläche nur langsam vorwärts. Ich benutzte mit meinen beiden Gefährten diesen Umstand, um auf der Plattform mich umzusehen. Vor uns befand sich das Gehäuse des Steuerers, und irre ich nicht sehr, so befand sich der Kapitän selbst darin, seinen Nautilus zu leiten. Ich hatte die vortrefflichen Karten der Straße Torres vor mir, welche von Vincent de Moulin und Cabin de Bois, die zu dem Stabe de Mont de Vils bei seiner letzten Reise gehörten, herausgegeben wurden, und neben denen des Kapitäns King die Besten sind, um in den Gewirre dieser Straße sich zu orientieren. Das Meer brauste wütend um den Nautilus her. Die Strömung der Wogen, welche mit einer Schnelligkeit von zwei und einer halben Meile von Südost nach Nordwest trieb, brach sich an den Korallen, deren Spitzen hier und da hervorragten. »Das ist ein schlimmes Meer«, sagte Ned Land. »Abscheulich«, erwiderte ich, »und für ein Fahrzeug wie der Nautilus wirklich nicht passend.« »Der verdammte Kapitän«, versetzte der Kanadier, »muss wohl seiner Fahrt sehr sicher sein, denn ich sehe da Korallenklumpen, die seinen Rumpf zertrümmern könnten, wenn er nur daran herstriche.« Die Lage war in der Tat gefährlich, aber der Nautilus schien, wie durch Zauber, inmitten der fürchterlichen Klippen hindurchzugleiten. Er folgte nicht genau der Linie, welche der Astrolabe eingeschlagen hatte, und diesem verderblich geworden war es, sondern hielt sich mehr nördlich an der Insel Murray vorbei und dann wieder südwestlich nach der Cumberlandstraße zu. Ich glaubte, er wolle in diesem einlaufen, als er wieder in nordwestlicher Richtung durch eine große Menge Inseln und wenig bekannter Eilande auf die Insel Taunt und den schlimmen Kanal zufuhr. Ich fragte mich schon, ob der Kapitän Nemo unvorsichtig bis zum Wahnsinn sich in diese Enge wagen wollte, wo die beiden Korvetten des Mains de Ville scheiterten, als er mit abermals verendeter Richtung gerade westlich auf die Insel Quebouroa zufuhr. Es war drei Uhr nachmittags, die Wogen brachen sich, die Flut war fast voll. Der Nautilus kam in die Nähe dieser Insel, wir fuhren keine zwei Meilen weit an ihr vorüber. Plötzlich warf mich ein Stoß zu Boden. Der Nautilus war auf eine Klippe gestoßen und saß fest, neigte ein wenig auf die linke Seite. Als ich wieder aufgestanden war, sah ich den Kapitän Nemo mit seinem Leutnant auf der Plattform. Sie untersuchten die Lage des Schiffes und besprachen sich in ihrem unverständlichen Dialekt. Die Lage war folgende. Zwei Meilen rechts sah man die Insel Quebouroa, deren Küste sich von Norden nach Westen wie ein ungeheurer Arm abrundete. Nach Süden und Osten hin kamen schon einige Korallenspitzen zum Vorschein, welche bei der Ebbe unbedeckt waren. Wir saßen völlig fest in einem Meere, wo Ebbe und Flut mäßig sind. Ein schlimmer Umstand, um wieder flott zu werden. Doch hatte das Schiff durchaus keinen Schaden bekommen, da sein Rumpf so solid gebaut war. Aber konnte es auch nicht untersinken oder leck werden, so war es doch sehr in Gefahr, für immer auf diesem Felsen festzusitzen. Und dann war der unterseeische Apparat des Kapitän Nemo zwecklos. Ich stellte diese Betrachtungen an, als der Kapitän, kalt und ruhig, stets sich selbst beherrschend, ohne eine Unruhe oder Verlegenheit zu zeigen, herantrat. »Ein Unfall?« sagte ich. »Nein, ein Zwischenfall!« erwiderte er. »Aber ein Zwischenfall,« entgegnete ich, »der Sie vielleicht nötigen wird, wieder ein Bewohner des Landes zu werden, welches Sie fliehen.« Der Kapitän Nemo sah mich mit befremdlicher Miene an und machte eine verneinende Bewegung. Er zeigte mir damit klar genug, dass ihn nichts in der Welt zwingen würde, seine Füße je wieder auf einen Kontinent zu setzen. Dann sagte er, »Übrigens, Herr Aronax, der Nautilus ist nicht in gefährlicher Lage. Wer ist noch imstande, Ihnen alle Wunder des Ozeans zu zeigen? Unsere Reise fängt erst an, und ich wünsche nicht sobald mich der Ehre Ihrer Gesellschaft zu berauben.« Indessen Kapitän Nemo fuhr ich fort, ohne die ironische Wendung seiner Antwort zu beachten, »der Nautilus sitzt fest zur Zeit der vollen Flut. Aber im stillen Meer ist die Flut nicht so stark, und wenn Sie nicht Ballast auszuwerfen haben, was mir nicht möglich scheint, so sehe ich nicht ab, wie er wieder flott werden kann.« »Sie haben recht. Die Flut ist im stillen Meer nicht so stark, Herr Professor,« erwiderte der Kapitän Nemo, »aber in der Torresstraße findet man doch einen Unterschied von ein und einem halben Meter zwischen dem Niveau des Höhenstandes und dem niedrigsten.« »Heute haben wir den zweiten Januar, und in fünf Tagen ist Vollmond. Dann soll es mich doch sehr wundern, wenn dieser gefällige Trabant nicht das Wasser zu hinreichender Höhe emporheben und damit mir einen Dienst erweisen sollte, welcher ich nur ihm allein zu verdanken haben will.« Nach diesen Worten begab sich der Kapitän Nemo, in Begleitung seines Leutnants, wieder ins Innere des Nautilus. Das Fahrzeug wich und wankte nicht, saß unbeweglich fest, als hätten die Korallenpolypen es bereits in ihren unzerstörbaren Kitt fest eingemauert. »Nun, mein Herr,« sagte Ned Land zu mir, indem er nach dem Weggang des Kapitäns zu mir kam. »Nun, Freund Ned, wir warten ruhig die Flut am neunten ab, denn es scheint, Luna wird so gefällig sein, uns wieder flott zu machen.« »Nichts weiter?« »Nichts weiter.« »Und der Kapitän wird nicht seine Anker auswerfen und seine Maschinen anstrengen und alles aufbieten, um sich herauszuziehen?« »Die Flut wird ja ausreichen,« erwiderte Konzil. Der Kanadier warf Konzil einen Blick zu und zuckte die Achseln. Dann sagte er weiter mit der Miene eines Seemannes, »Mein Herr, Sie können mir glauben, wenn ich Ihnen sage, dieses Stück Eisen wird nimmer, weder auf noch unter der Meeresfläche fahren. Man wird's nur nach dem Pfund verkaufen. Ich denke demnach, dass nun die Zeit gekommen ist, im Stillen die Gesellschaft des Kapitäns aufzugeben.« »Freund Ned,« erwiderte ich, »ich habe noch nicht wie Sie das Vertrauen zu diesem tapferen Nautilus sinken lassen.« »Und in vier Tagen werden wir wissen, wie wir im stillen Ozean mit der Flut daran sind.« »Übrigens würde der Rat, zu entfliehen, angemessen sein können, wenn wir im Angesicht der Küste Englands oder der Provence wären. Aber in Papuasien ist es etwas anderes, und es wird immer noch Zeit zu solch einem äußersten Mittel sein, wenn es dem Nautilus nicht gelingt, wieder flott zu werden, was sich als ein bedeutendes Ereignis ansehen würde.« »Aber man könnte doch wohl zumindest eine Probe mit diesem Land machen,« entgegnete Ned Land. »Wir sehen, es ist eine Insel. Auf derselben sind Bäume, und unter diesen gibt's Landtiere, die Koteletts und Rostbeefs tragen, die ich längst gerne einmal zum Imbiß nehmen wollte.« »Hierin hat Freund Ned Recht,« sagte Konsil, »und ich teile seine Ansicht. Wäre es nicht meinem Herrn möglich, von seinem Freund, dem Kapitän Nemo, auszuwirken, uns ans Land zu setzen? Sei es auch nur, um nicht gänzlich die Gewohnheit zu verlieren, die festen Teile unseres Planeten zu betreten?« »Ich kann ihn darum bitten,« erwiderte ich, »aber er wird's abschlagen.« »Wenn mein Herr es wagen will,« sagte Konsil, »so werden wir missen, woran wir uns zu halten haben in Hinsicht der Liebenswürdigkeit des Kapitäns.« Zu meinem großen Erstaunen gab mir der Kapitän Nemo die erbetene Erlaubnis, und er tat es sehr gefällig und eifrig, ohne nur das Versprechen der Rückkehr an Bord abzunehmen. Aber eine Flucht durch Neu-Guinea würde sehr gefährlich gewesen sein, und ich würde Ned Land nicht geraten haben, sie zu versuchen. Als Gefangene an Bord des Nautilus zu bleiben, würde doch dem Los vorzuziehen sein, daß man den Eingeborenen Papuasiens in die Hände fiele. Das Landungsboot wurde uns für den folgenden Morgen zur Verfügung gestellt. Ich fragte nicht danach, ob der Kapitän Nemo uns begleiten wolle. Ich dachte sogar, es werde uns jemand von der Mannschaft beigegeben werden und Ned Land nur beauftragt, die Landung zu leiten. Übrigens, da das Land nur höchstens zwei Meilen entfernt war, so war es für den Kanadier nur ein Spiel, das leichte Boot zwischen den Riffen durchzubringen, welche für die großen Schiffe so gefährlich sind. Am folgenden Tag, dem 5. Januar, wurde das Boot ohne Verdeck aus seinem Gehäuse genommen und von der Plattform herab ins Meer gelassen. Zwei Mann reichten dafür aus. Die Ruder befanden sich darin, und wir brauchten uns nur hineinzusetzen. Um 8 Uhr fuhren wir, mit Büchsen und Beilen bewaffnet, vom Nautilus ab. Das Meer war ziemlich ruhig. Vom Land her wehte ein leichter Wind. Konzil und ich saßen bei den Rudern und führten sie kräftig, und Ned steuerte in dem schmalen Fahrwasser, welches zwischen den Klippen frei war. Das Boot ließ sich gut leiten und fuhr rasch. Ned Land war vor Freude außer sich. Er war ein dem Kerker entwischter Gefangener, und er dachte gar nicht daran, dass er wieder in denselben zurückkehren müsse. »Fleisch!« rief er wiederholt. »Nun werden wir wieder Fleisch essen. Und was für Fleisch! Echtes Wildbrett! Allerdings wohl kein Brot. Ich will nicht sagen, ein Fischgericht sei nicht etwas Gutes, aber man darf des Guten nicht zu viel tun. Und ein Stück frisches Wildbrett, überglühenden Kohlen auf dem Rost gebraten, gebe eine angenehme Abwechslung unseres Tisches.« »Neckarmund!« erwiderte Konzil. »Er macht, daß mir auch der Mund danach wässert.« »Es steht auch noch dahin, ob es Wild in diesen Wäldern gibt, und ob nicht das Wild dort von so starkem Wuchs ist, daß ihm der Jäger selbst zur Beute werden könnte.« »Richtig, Herr Aronax!« erwiderte der Kanadier, dessen Zähne scharf gewetzt schienen, wie die scharfe Schneide eines Beiles. »Aber ich würde Tigerfleisch, Lendenbraten von Tigern essen, wenn's auf dieser Insel keine anderen Vierfüßler gibt. »Freund, Ned, versetze uns in Unruhe!« erwiderte Konzil. »Wie dem auch sein mag,« fuhr Ned Land fort, »jedes Vierfüßige, ungefiederte oder zweifüßige gefiederte Tier wird meinem ersten Schuß willkommen sein.« »Gut,« erwiderte ich, »da sehen wir Meister Lends Unvorsichtigkeiten wieder von vorn anfangen.« »Haben Sie keine Angst, Herr Aronax!« erwiderte der Kanadier, »und rudern Sie nur tüchtig. Ich brauche keine fünfundzwanzig Minuten, um Ihnen ein Gericht nach meinem Geschmack vorzulegen.« Um acht und ein halb Uhr lief das Boot des Nautilus, nachdem es glücklich über den Korallenring, welcher die Insel Quebroa umgibt, hinausgekommen war, an einer Sandbank sanft auf den Strand. »Kindle« »Kindle« Untertitelung des ZDF, 2020